Ja, prima! Riesenapplaus für Danny Henseschix! Schön, dass ihr heute Abend für uns da wart! Prima! Ihr habt das super gemacht! Wir danken euch und freuen uns, dass ihr jedes Jahr in den letzten paar Jahren jedenfalls da wart. So, die Kupferdreher-Werbegemeinschaft bedankt sich bei allen. Wow, mach ich was falsch? Soll ich nicht mehr reden? Bedankt sich bei allen, die heute Abend hier sind. Die machen mich kaputt hier. Kein Problem, Rebecca. So, also bei allen, die heute Abend hier sind, bei allen, die heute geholfen haben, bei den Mitgliedern der Kupferdreher-Werbegemeinschaft, von denen einige sich auch heute hier befinden. Wir haben auch ein frisch vermehltes Hochzeitspaar, für die machen wir jetzt Feuerwerk. Vivian und Valentin, herzlichen Glückwunsch! Yay, großer Applaus! Prima! So, jetzt habe ich dem Feuerwerker gesagt, ich zähle runter von fünf. Und ihr macht mit, dann geht's los. Achso, wir müssen doch das Licht ausmachen im Bierwagen. Yvonne, hat einer den Schalter? Ich sehe einen Nicken, aus ist es. Prima! So, jetzt geht's los! Also, auf fünf, vier, drei, zwei, eins, los! So, jetzt geht's los! So, jetzt geht's los! So, jetzt geht's los! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Begegnung! Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020